Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Extra-Stream im OOP-Kurs. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Sie wollen, können Sie auch ganz kurz Hallo sagen im Chat. Heute in etwas kleinerer Runde natürlich, so früh am Morgen. Aber diejenigen von Ihnen, die jetzt so früh aufgestanden sind und dabei sind, die kriegen auf jeden Fall noch ihre Portion OOP in dieser Woche. Wir machen heute da weiter, wo wir am Montag aufgehört haben. Wir sind ja immer noch dabei, unser kleines 2D-Shooter-Spiel zu implementieren. Und ich würde auch gar nicht so viel vorweg wieder in Theorie verfallen, sondern eigentlich am liebsten direkt mit Ihnen anfangen zu implementieren. Wir können vielleicht ganz kurz einmal drauf schauen, was wir eigentlich erreichen wollten, was also unser Ziel ist. Und wenn Sie da nochmal ganz kurz mit mir hier auf diese Skizze schauen. Das ist das, was wir umsetzen wollen. Wir wollen so ein kleines 2D-Spiel implementieren. Unsere Spielfigur ist dieser gelbe Kreis. Den können wir mit den WASD-Tasten steuern. Wir haben einen Mauszeiger oder so ein Fadenkreuz, das wir bewegen können und können Projektile verschießen. Wir haben Gegner, die außerhalb des Bildschirms gespawnt werden und sich dann immer so magnetisch der Spielfigur nähern. Und unsere Aufgabe als Spieler, als Spielerin ist es, diese gegnerischen Figuren abzuschießen, indem unsere Projektile die treffen. Die Projektile machen dann Schaden und der aktuelle Zustand der Gegner wird über so eine kleine Lebensbar oder Heldsbar angezeigt über den Gegnern. Und wenn die dann runtergeschossen ist, dann verschwinden die Gegner auch. Also das ist so unser Ziel. Und wir haben uns vorgenommen, das grob zu unterteilen in einmal solche Szenen. Das sind die Hauptstrukturelemente unserer Anwendung. Wir werden eine Intro-Szene haben. Die haben wir teilweise auch schon implementiert. Und wir werden eine Spielszene haben, in der das eigentliche Spiel abläuft. Man kann zwischen den hin und her wechseln. Und jede Szene hat einen bestimmten Zustand immer. Also die wird entweder gerade dargestellt und gespielt oder pausiert möglicherweise. Und unsere Graphics-App, diese zentrale Stelle unserer Anwendung, die übernimmt dann die Rolle der Regie und wechselt zwischen diesen Szenen hin und her. Zweite größere Metapher, die wir versuchen umzusetzen, ist das Prinzip von solchen Actors. Das ist eine Ebene drunter. Jede Szene verfügt über eine Menge von Objekten oder Schauspielerinnen, die irgendwie auf der Szene agieren, in der Szene agieren. Und die bilden wir alle durch Klassen ab, die von dieser Actor-Klasse abgeleitet werden. Das heißt, wir haben da so eine Superklasse, Actor, genauso wie diese Base-Scene eine Superklasse war. Und alles, was irgendwie in diese Szene reingehört, sich dort bewegt und irgendwie handelt im Spiel, wird von dieser Klasse abgeleitet. Also zum Beispiel sowas wie unsere Spielfigur, wie diese Gegner oder wie die Projektile, die wir verschießen. Dann werden wir sicherlich noch ganz, ganz viele andere Klassen brauchen. Aber jetzt so für den Anfang, um wieder fortzusetzen, sind das die beiden Sachen, die Sie sich noch mal erinnern sollen. Also einmal die Tatsache, dass wir Szenen haben. Eine Szene besteht unter anderem aus einer Liste von Actors. Und die Actors sind die Objekte, die unser Spiel dann letztendlich ausmachen. Die Graphics-App sagt dann immer der aktuell ausgewählten Szene in jedem Frame, dass die Szene sich darstellen soll oder gerendert werden soll. Und die Szene aktualisiert dann erst alle Actors, die in der Szene aktuell da sind und zeichnet die danach. Das wird abhängig davon passieren, ob die Szene tatsächlich gespielt werden soll oder ob sie pausiert ist. Das haben wir schon eingebaut. Okay, wir haben auch so ein bisschen drum herum. Wir haben diese Graphics-App, die das Ganze initialisiert und wie gesagt diese Regie übernimmt. Und eigentlich würde ich damit jetzt auch direkt mal weitermachen. Ich wechsle mal ganz kurz zu IntelliJ. Und wir schauen uns mal ganz kurz gemeinsam an, was wir jetzt eigentlich tatsächlich für einen Stand erreicht haben. Wenn Sie mitmachen möchten, ich poste es gerne auch noch mal rein für die Leute, die jetzt nachträglich dazugekommen sind. So, vielleicht. Sie können sich den Stand, mit dem ich jetzt fortsetze, runterladen. Das ist dieser erste Link in der Nachricht, die ich gerade gepostet habe. Und wenn Sie sich da noch mal dieses PDF anschauen möchten, mit der Übersicht, die wir gerade angeschaut haben, dann finden Sie die unter diesem zweiten Link in unserem GRIPS-Kurs. Wir sind so weit gekommen, dass wir dieses Szene-Modell so ungefähr abgebildet haben. Und das ist im Moment das Einzige, was passiert. Wir sehen so ein rotes Rechteck oder einen roten Hintergrund. Das ist unsere Intro-Szene. Und wir können da noch nicht so viel machen und haben jetzt noch eine ganze Menge vor und vor uns auch. Und womit ich gerne anfangen möchte, ist, ich möchte dafür sorgen, dass diese Intro-Szene nicht einfach nur dieses rote Rechteck darstellt, sondern dass wir da die Grafik sehen, die ich vorbereitet habe. Ich schließe mal ganz kurz die Anwendung und zeige Ihnen mal ganz kurz, mit was wir arbeiten. Wir haben hier so ein Bild, Intro-Background. Das ist die Grafik, die ist auch schon so skaliert, dass die genau in dieses Fenster reinpasst. Und die wollen wir in der Intro-Szene als Hintergrund, also quasi als Szenen-Hintergrund einzeichnen. Das liegt übrigens auch, der Link dazu, nochmal in dieser abstrakten Assets-Klasse, damit wir dann da nicht irgendwie lange rumsuchen müssen, sondern das gleich finden. Also unsere erste Aufgabe ist es, unsere Intro-Szene, die schaut im Moment im Code so aus. Die ist abgeleitet von der Base-Scene, die Sie hier finden, die dieses Grundmodell von so einer Szene vorgibt, so umzugestalten, dass am Ende der Hintergrund dieses Bild tatsächlich darstellt. Diese Base-Scene, nochmal kurz zur Erinnerung, ganz normale Java-Klasse, ein paar Eigenschaften, die jede Szene hat, einen Namen, einen Typ und einen Zustand. Typ und Zustand, wenn Sie sich erinnern, haben wir durch Enums abgebildet. Also jede Szene kann entweder gerade gespielt werden oder pausiert werden und unsere Intention dahinter, diese Enums zu benutzen, war, dass wir vielleicht dann auch komplexere Zusammenhänge oder unterschiedliche Zustände besser darstellen können, als wenn wir das jetzt mit irgendwelchen Boolean-Flex machen. Also dann brauchen wir nicht isPlaying und isPause, um vollumfänglich den Zustand darzustellen, sondern wir benutzen einen von diesen Einträgen des Enums, um ganz genau den aktuellen Zustand der Szene darzustellen. Genauso bei den Types, da haben wir so einen Default-Wert, kann irgendeine Szene sein, eine Intro-Szene oder eine Game-Scene und darüber kann man dann sehr leicht eine aktuelle Szene identifizieren. Also ist das das Intro, ist das das Spiel, etc. mit der Idee, dass das vielleicht ein bisschen leichter funktioniert im Code als dann vielleicht über irgendwie die jeweiligen Klassentypen. Wir haben einen Listener, der wird im Konstruktor gesetzt und der informiert irgendeine Gegenstelle darüber, wenn was in der Szene passiert, wenn die pausiert wird oder wenn die abgespielt wird. Und wir haben ein Rechteck als Hintergrund, was einfach so eine einfarbige Fläche in der Szene ist und das ist dieser rote Bereich, den wir in der Intro-Szene gesehen haben. Da haben wir nämlich so eine Szene erstellt, haben den Superkonstruktor aufgerufen, weil wir erben von dieser Base-Szene und haben dann nochmal, und das ist das einzige Spezielle im Moment, den Hintergrund auf rot gesetzt. Okay, ich möchte diese Funktionalität, dass eine Szene ein bestimmtes Hintergrundbild haben kann, nicht spezifisch nur für die Intro-Szene implementieren, sondern ich möchte diese Möglichkeit jeder Szene geben. Also jede Szene, die wir später erstellen soll, bei Bedarf die Möglichkeit haben, so ein Hintergrundbild zu rendern. Und dazu ändere ich diese Instanzvariable. Im Moment ist es so, jede Szene, weil die ja von dieser Base-Szene abgeleitet wird, hat so eine Instanzvariable Background vom Datentyp Rectangle. Das wird im Konstruktor gesetzt mit einem entsprechenden Konstruktoraufruf für diese Rechteckklasse. Wir können, wenn wir wollen, die Farbe setzen und in der Render-Methode von der Szene wird dieser Hintergrund gezeichnet. Was ich jetzt mache ist, ich sage, dass dieses Rechteck oder dieser Hintergrund nicht mehr eine Instanz der Rectangle-Klasse sein soll, sondern es soll einfach ein GraphicsObject sein. Das muss ich dann importieren. Und danach kann ich in dieser Instanzvariable alles speichern, was irgendwie ein GraphicsObject ist. Sie erinnern sich, in der GraphicsApp, in dieser Library, die wir verwenden, um unseren Code zu schreiben, sind diese ganzen sichtbaren Objekte ja abgeleitet von der Superklasse GraphicsObject. Das heißt, jedes Rechteck, jeder Kreis, den wir zeichnen, jedes Bild, hat so eine gemeinsame Superklasse. Das ist das GraphicsObject. Und wenn Sie unterschiedliche Subklassen des gleichen Datentyps in einer Variable speichern möchten, also wahlweise da dann vielleicht ein Rechteck, ein Circle oder was auch immer reinpacken möchten, dann können Sie das über diese Möglichkeit machen, diese Variable einfach bezüglich des Typen mit der Oberklasse zu benennen. Also da kommt jetzt alles rein, was ein GraphicsObject ist. Und deshalb können wir da auch ein neues Rechteck rein speichern. Wir können da auch, wenn wir wollen, einen neuen Kreis rein speichern. Alles, was irgendwie in dieser GraphicsObject Hierarchie drin hängt, kann da rein. Ganz wichtig ist, wenn wir dann auf die Variable zugreifen, können wir erst mal nur die Funktionen aufrufen, die auch wirklich jedes GraphicsObject hat. Also zum Beispiel die Draw-Methode, die SetColor-Methode und so weiter. Wenn wir auch spezifische Dinge zugreifen wollen, zum Beispiel ein Rectangle, ein Circle, wenn da irgendwie spezielle Methoden in der Klasse drin wären, bei dem Bild vielleicht irgendwie das Größensetzen mit so einem Skalierungsfaktor, was irgendwie eine spezielle Methode wäre, die nur das Image hat und nicht jedes andere GraphicsObject, dann müssten wir diese Variable, müssten wir erstmal feststellen, was da tatsächlich für ein Objekt drin ist. Also wir müssten zum Beispiel fragen, if this.background instance of image, dann wüssten wir, okay, in dieser Variable, in der alle möglichen GraphicsObjects drin gespeichert sind, ist jetzt in diesem Fall tatsächlich eine Instanz der Image-Klasse drin und dann könnten wir aus dieser Variable über so einen Cast-Befehl wieder ein Hintergrundbild machen und dann die spezifischen Methoden, wie zum Beispiel dieses GetPixelArray oder, was ich gerade gemeint habe, dieses skalierte Setzen von Höhe und Breite haben. Kurze Frage an den Chat. Ist Ihnen dieses Prinzip schon bekannt gewesen, also dass Sie, wenn Sie so eine Klassenhierarchie haben, eine Oberklasse mit mehreren Unterklassen, dass Sie dann Instanzen der Unterklassen in einer gemeinsamen oder in einer beliebigen Variable speichern können, wenn die eben als Datentyp die Oberklasse hat, dass Sie dann aber erstmal ohne irgendwie sowas wie diesen Cast nur auf die jeweiligen Methoden der Oberklasse zugreifen können. Schreiben Sie mal ganz kurz in den Chat rein, ob das jetzt ganz neu für Sie war oder ob Sie da schon drüber gestolpert sind. Okay, das mit dem Casten kennen Sie auf jeden Fall. Ich habe irgendwie einen Wert. Denken Sie, also da geht es dann weniger um Variablen, sondern geht es tatsächlich darum, hier steckt irgendwie ein Wert hinter und innerhalb eines Ausdrucks kann ich diesen Wert kurzzeitig als eben Wert eines anderen Datentyps oder jetzt in diesem Fall einer anderen Klasse behandeln. Okay, also das wissen wir, dass das funktioniert und deshalb können wir jetzt in dieser Base-Scene sagen, wir wollen entweder ein Rechteck haben oder wir wollen in diesem Hintergrundbild oder in dieser Szene ein Hintergrundbild setzen. Und ich möchte jetzt die Möglichkeit haben, dass ich, wenn ich eine Szene erstelle, also wenn ich einen Konstruktor aufrufe, entweder so eine Standardszene erstellen kann, wo der Hintergrund eine Farbe hat oder ich möchte eine Szene erstellen, in der oder die anstatt einer Farbe beim Initialisieren ein ganz konkretes Bild in dieser Instanz Variabelspeicher. Das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Fälle, wie ich eine solche Base-Scene initial erstellen möchte. Was mache ich dann? Schreiben Sie mal kurz in den Chat rein, was irgendwie so eine Strategie wäre. Ich habe eine Klasse und die soll auf mindestens zwei unterschiedliche Art und Weisen initialisiert werden können. Wie gehe ich da beim Modellieren ganz konkret vor? Genau. Zwei Konstruktoren. Man sagt in Java dann auch dazu, wobei bei Konstruktoren sagt man es nicht unbedingt, aber so allgemeiner gefasst, wenn wir über Methoden reden, wir können Methoden überladen. Sie können in einer Java-Klasse Methoden definieren, die den gleichen Namen haben, solange sich die hinsichtlich der Parameter unterscheiden und dann können Sie Variationen von Konstruktoren setzen und das machen oder auch von anderen Methoden setzen und sich dann zur Laufzeit immer entscheiden, welche Variante oder die Laufzeitumgebung entscheidet dann, welche Variante gewählt wird, je nachdem, was für eine Signatur bezüglich der Parameter beim Methodenaufruf übergeben worden ist. Und das können wir uns jetzt zunutze machen, indem wir in einen zweiten Konstruktor schreiben, public Base-Scene, vielleicht erst mal mit den gleichen Parametern, die wir immer brauchen, also Scene-Name, Scene-Type, Scene-Listener. Und wir übergeben als neuen Parameter den Pfad zu einem Hintergrundbild. Background-Image-Path. Und hier muss natürlich Base-Scene stehen. So. Dann machen wir erst mal das Gleiche, was wir auch schon gemacht haben für die normale Szene, also hier Scene-Type, Name und Listener initialisieren. Und das können wir machen, indem wir den anderen Konstruktor über das SIS-Schlüsselwort aufrufen. Nicht das Super-Schlüsselwort, sondern das SIS-Schlüsselwort. Ich schreibe es mal ganz schnell hin und dann schauen wir uns das zusammen an, was da genau steht. Ich rufe den ohnehin schon existierenden Konstruktor auf. Ich könnte jetzt auch die ganzen Sachen nochmal schreiben. Also ich könnte es auch so machen. Muss ich aber nicht machen, weil es gibt ja immer noch so ein Set an Dingen, die beim Initialisieren gleich sind. Und da muss ich das nicht extra nochmal schreiben, sondern ich kann erstmal auf diese Standard-Initialisierung zurückgreifen, die eh passiert. Dass da jetzt so ein Hintergrundrechteck gesetzt wird, das ist mir jetzt egal. Das ist ein Objekt, was zusätzlich erstellt wird. Das macht mir jetzt keine großen Sorgen, was die Performance angeht. Ich lasse das erstmal durchlaufen. Und jetzt mache ich das Spezielle, was passieren soll, wenn diese Variante vom Konstruktor gewählt wird. Und da erstelle ich mir ein neues Image. Das positioniere ich an der Position 00. Und, muss kurz überlegen, benutze den Background-Image-Path, den wir als Parameter übergeben haben, als Konstruktor, als Parameter für den Image-Konstruktor. Das ist das, was wir hier an diesen speziellen Basin-Konstruktor übergeben. Und ich skaliere das Image noch so, dass es genau die Szene vollständig ausfüllt. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir nehmen dieses Hintergrundbild, diesen Pfad. Wir erstellen uns daraus ein Bild, was ganz oben links in der Ecke positioniert wird. Dann skalieren wir das so, dass der ganze Bildschirmbereich ausgefüllt wird, weil eine Szene ja immer das komplette Fenster ausfüllt oder ausschmückt. Und dann nehmen wir dieses Bild und schreiben das in unsere Instanz-Variable Background rein. Und wenn wir dann die Render-Methode von der jeweiligen Szene aufrufen, wird nicht mehr ein Rechteck gezeichnet, sondern es wird dieses Hintergrundbild gezeichnet. Machen wir das noch gemeinsam. Wir nehmen die Methode, um die Breite von dem Bild zu setzen. Jetzt müssen wir wissen, wie groß ist unser Bildschirm, wie breit ist unser Bildschirm. Und das finden wir in einer dieser abstrakten Klassen, die ich vorbereitet habe. Wenn Sie da mal reinschauen in diesen Konfigurationsdateien, da sehen wir hier, wie groß dieses Fenster von unserem Spiel initial aufgebaut wird. Es ist 640x480 Pixel groß. Und das benutzen wir jetzt, um das Hintergrundbild für die Szene richtig zu skalieren. Dann packen wir da noch so einen zweiten Parameter ein. Das ist jetzt für Sie nicht so wichtig. Also das ist kein Java-relevante Information, sondern das ist nur ein Parameter für diese Library, die wir verwenden, für diese Graphics-App. Und die sorgt dafür, dass jetzt beim Ändern der Größe des Bildes die Skalierung sehr sauber abläuft. Also wenn wir das hier weglassen würden, dann würde die interne Skalierung von dem Bild sehr performant ablaufen. Also quasi die schnellste Möglichkeit gewählt werden, zu berechnen, wie man jetzt aus diesen Pixeln, die man hat, mehr Pixel macht oder weniger Pixel macht, um die neue Bildgröße zu erreichen. Und wenn Sie dieses True dahinter schreiben als Parameter, dann wird explizit ein Mechanismus gewählt, der am Ende ein schöneres Resultat bezüglich des skalierten Bildes zurückgibt. Sie werden den Unterschied in der Zeit nicht merken, Sie werden den Unterschied aber in der Qualität merken. Das ist übrigens auch so ein Beispiel für eine überladene Methode. Die Image-Klasse hat einmal eine Methode, um die Breite zu setzen, mit einem Parameter und eine Möglichkeit, eine Methode mit einem zweiten Parameter aufzurufen, in der dann explizit nochmal bestätigt wird, ob dieser höher qualitative Modus für die Skalierung ausgewählt wird. Das gleiche machen wir auch noch für die Höhe. Und auch da wählen wir diesen schöneren Modus für die Skalierung. Und wenn wir damit fertig sind, können wir auf die Instanzvariable zugreifen und das Image dort hinein speichern. Jetzt haben wir eine alternative Möglichkeit, eine Szene zu erstellen und zwar mit so einem Hintergrundbild. Und das nutzen wir jetzt in der Intro-Szene. Da rufen wir nicht mehr diesen einfachen Super-Konstruktor auf, sondern den neuen, den wir gerade gemacht haben. Und das machen wir, indem wir in dem existierenden Konstruktor-Aufruf einen Parameter ergänzen, um... Ich schaue mal ganz kurz, wo finde ich das nochmal... Unter Assets, glaube ich... Und da finde ich den Pfad, genau, Intro-Szene, Background-Image. Da versteckt sich dieser Bildpfad. Das ist hier dieses Hintergrundbild, was ich Ihnen gezeigt habe. Und das soll verwendet werden, um diese Intro-Szene zu initialisieren. Wir benutzen jetzt diesen alternativen Weg, eine Szene zu erstellen. Und dazu übergeben wir den Ort, wo dieser Konstruktor von der Base-Szene das Bild findet, was verwendet werden soll. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ich lösche ganz kurz hier diese Import-Anweisung, die wir nicht mehr brauchen. Wir haben ja vorher mit Farben gearbeitet. Das fällt jetzt weg. Dementsprechend müssen wir auch diese Klasse nicht importieren. Und dann starten wir die Anwendung mal. Und Sie sehen, das scheint irgendwie so halbwegs zu funktionieren. Okay. Wir haben jetzt eine schöne Intro-Szene. Da können wir, wenn wir Lust haben, vielleicht noch irgendwie ein Text-Label oder sowas später ergänzen, wo dann steht, dass wir vielleicht die Space-Taste oder sowas oder die Leertaste drücken wollen, damit wir in die Game-Szene wechseln. Das denken wir uns jetzt einfach. Also denken Sie sich, hier steht irgendwie so eine Label. Please press Space to start. Und wir wollen jetzt nur die technische Seite umsetzen. Ich möchte jetzt, dass, wenn in dieser Intro-Szene die Space-Taste gedrückt wird, der die Szene pausiert, das zurückmeldet an die Graphics-App. Und die Graphics-App weiß, wenn die Intro-Szene pausiert wird, ist das für mich das Signal, dass das Spiel starten soll. Also was wir jetzt machen werden, ist, wir werden dafür sorgen, dass die Intro-Szene erstmal den Hinweis bekommt, dass eine Taste gedrückt ist. Dann werden wir als Reaktion auf diesen Tastendruck die Szene pausieren. Und wir haben am Montag schon implementiert, dass, wenn eine Szene pausiert wird, unsere Graphics-App das mitbekommt. Denn unsere Graphics-App ist ja so ein Scene-Listener. Und da haben wir die entsprechenden Callback-Methoden schon realisiert. Also dieser Kommunikationsweg zwischen der Intro-Szene und unserer Graphics-App, der ist schon da. Das heißt, wir müssen jetzt die andere Richtung implementieren. Es geht jetzt darum, dass wir dafür sorgen, dass die Tastatur-Events, die wir klassischerweise erstmal in der Graphics-App selber abfangen, weitergegeben werden an die Szenen. Und weil dieses Weitergeben von Input-Events in der Anwendung selber noch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen passieren wird, also wir geben jetzt als Graphics-App diese Input-Events weiter an die Szenen, die Szenen verarbeiten die, jetzt in diesem Fall bei der Intro-Szene direkt, oder geben das selber weiter an die verschiedenen Actors. Und vielleicht gibt es bei denen auch noch irgendwie eine Unterstufe. Würde ich das gerne ein bisschen formalisieren. Also ich würde ein bisschen darauf schauen, dass ich das ordentlich hinbekomme und dass vielleicht dieses Weitergeben von Eingabe-Events aus der Graphics-App immer eine Ebene tiefer, vielleicht auf die gleiche Art und Weise passiert. Das heißt, ich habe jetzt am Ende eine Reihe von Klassen, die, wenn Sie die Szene und die Actors zum Beispiel anschauen, nicht in einem direkten Vererbungsverhältnis stehen. Also Szenen und Schauspieler haben in unserer Java-Klassenhierarchie nichts miteinander zu tun. Die sollen aber beide auf die gleiche Art und Weise auf diese Eingabe-Events reagieren. Also ich möchte vielleicht die gleichen Methoden haben, um denen zu sagen, eine Taste wurde gedrückt, mach was damit. Wie können wir das in unserem Spiel abbilden? Also wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Klassen, die eine unterschiedliche Klassenhierarchie haben, wo wir nicht mit Vererbung irgendwie arbeiten können, also Actors und Scenes werden nicht von der gleichen Superklasse erben, zumindest nicht direkt. Die sollen aber trotzdem für uns die gleichen öffentlichen Methoden anbieten, um denen eine Möglichkeit zu geben, Events zu empfangen. Genau, sie schreiben es schon rein, Interfaces sind die richtige Möglichkeit. Und wir schreiben uns jetzt einfach, auch wenn es vielleicht schon ein passendes Interface in der Graphics-App gibt, ein kleines eigenes Interface, um diese Funktionalität zu implementieren. Und dazu erstellen wir uns ein neues Package. Das nenne ich GameInput vielleicht. Das ist doch ein guter Name. Und in diesem Input-Package erstellen wir uns jetzt zuallererst mal ein Interface für die Weitergabe von Tastatur-Events. Maus-Events kommen später auch, weil ja unsere Spielfigur unter anderem auch mit der Maus gesteuert wird. Stellen wir uns ein neues Interface in diesem Input-Package und nennen das Keyboard-Input-Händler. Also Händler, irgendjemand, der irgendwas verarbeitet. Also es ist auch so ein Begriff, den Sie häufiger finden, in so Klassenhierarchien oder überhaupt bei der Benennung von irgendwelchen Komponenten in Software. Und was verarbeitet der? Der verarbeitet Eingaben vom Keyboard und deshalb ist es ein Keyboard-Input-Händler. Das ist ein Interface. Und dieses Interface bekommt jetzt die Methoden mitgegeben, die jede Klasse, die dieses Interface implementiert, haben soll. Und das sind dann zwei Methoden erstmal für diesen Fall. Eine Methode voidHandleKeyPressed und dem übergeben wir kurz überlegen dem übergeben wir vielleicht sogar dem übergeben wir vielleicht tatsächlich den das Event-Objekt, was wir eh schon aus der Graphics-App bekommen. Also Sie erinnern sich, es gibt da so ein Key-Pressed-Event-Objekt und das bekommen wir Import-Class, genau das bekommen wir in der Graphics-App automatisch über die dort schon existierenden Callback-Methoden von dieser Graphics-App-Umgebung übergeben. Also wir bekommen mal dieses kleine Objekt in der Graphics-App, was uns Informationen über diesen aktuellen Event übergibt. welche Taste wurde gedrückt, wann ist das passiert und die geben wir jetzt weiter an unsere speziell für dieses Spiel implementierten Keyboard-Input-Händler. Und das machen wir einmal für das Ereignis, wenn eine Taste gedrückt wird und einmal, wenn eine Taste losgelassen wird. Und da benutzt die Graphics-App-Umgebung dann eine alternative Klasse, das ist die Key-Released-Event-Klasse und die beinhaltet dann die Information über das Ereignis, wenn die Taste losgelassen wird. Public müssen wir nicht davor schreiben. Warum müssen wir hier kein Public davor schreiben? Also warum sagt IntelliJ, können wir uns sparen? Interface-Methoden sind immer öffentlich. Da müssen wir das nicht nochmal explizit hinschreiben. Können sie machen, müssen sie aber nicht. Die sind ohnehin dann öffentlich zu implementieren. Okay, jetzt haben wir unseren kleinen Input-Händler oder unser kleines Interface. Stellt sich die Frage, wo implementieren wir das? Also wir haben ja jetzt eine Base-Scene und wir haben diese Intro-Scene. Auf welcher Ebene implementieren wir idealerweise dieses Interface, was wir uns jetzt geschrieben haben? Also nochmal zur Erinnerung, das ist eine Funktionalität, die soll jede Szene haben. Also jede Szene soll am Ende zumindest die Möglichkeit haben, auf Keyboard- und Maus-Input-Events zu reagieren. Ob das dann jede Szene genauso machen muss, wissen wir nicht. Das kann dann jede Szene nochmal für sich selber entscheiden. Aber erstmal ist das, was alle Szenen mit hoher Wahrscheinlichkeit als Funktionalität haben müssen. Und dementsprechend implementieren wir das in unserer Base-Scene. Das heißt, wir schauen in unsere Base-Scene-Klasse rein und wir implementieren auf der Ebene unseren Keyboard-Input-Händler. Ja, dann werden wir aufgefordert, werden wir nicht aufgefordert, das zu implementieren oder vorzugeben, weil, nee, doch werden wir aufgefordert. Ganz kurz überlegen, wo wir das idealerweise jetzt implementieren. Wir machen es mal so, dass wir das schon in der Base-Scene implementieren. Das heißt, wir ergänzen in der Base-Scene tatsächlich schon die entsprechenden Methoden, also Handle, Key, Press, Released. Und auch die Released-Methode. Also unsere abstrakte Basis-Klasse implementiert diesen Input-Händler. Wir müssen das jetzt nicht, weil es eine abstrakte Klasse ist, an dieser Stelle implementieren. Wir könnten das quasi auch weiter nach unten reichen, dass dann alle Klassen, die von dieser abstrakten Klasse abgeleitet sind, diese durch das Interface vorgegebene Methoden implementieren. Wir können es aber auch so machen, dass wir es hier direkt in der Base-Scene als leere Methoden implementieren. Also da passiert nichts im Moment. Und wir überschreiben das dann in den jeweiligen Szenen, wenn wir dann noch irgendwie gesondert darauf reagieren müssen. Diese zweite Variante, das schon in der Base-Scene zu implementieren, wird später deshalb sinnvoll, weil wenn wir diese Schauspieler, diese Actors haben, und die werden ja dann auch in der Base-Scene wahrscheinlich abgespeichert oder angelegt, weil ja alle Szenen über Actors verfügen, dann können wir hier schon mal bei Bedarf in dieser Base-Scene, in dieser abstrakten Variante von unseren Szenen dafür sorgen, dass die Input-Events, die hier eingehen, an alle Actors weitergegeben werden. Also das ist jetzt was, was hier später kommt. Das können wir auch vielleicht einfach mal notieren. Broadcast oder vielleicht Relay. Event to all connected to all Actors vielleicht. So irgendwie ein bisschen. Also alle Actors, die sich für Events interessieren, werden später in diesen Methoden dann darüber informiert, dass die Szene ein entsprechendes Event empfangen hat. Und die Idee ist dann, die Szene macht zuerst das, was sie immer macht, nämlich alle Actors zu informieren, dass ein Key-Event stattgefunden hat. Das implementieren wir auf dem Level der Base-Scene. Und in der Intro-Scene sorgen wir dann dafür, dass zusätzlich zu diesem Allgemeinverhalten auch noch ein spezielles Verhalten ausgelöst wird. Und wir beim Tastendruck auf die Leertaste ganz konkret dann dafür sorgen, dass die Szene pausiert wird und dass dann nach oben gemeldet wird. Okay. Wie machen wir das? In der Intro-Scene überschreiben wir diese Handle-Key-Pressed-Methode. Wir sorgen erstmal dafür, durch den super Aufruf, dass das passiert, was jede Szene machen soll, wenn eine Taste gedruckt wird. Im Moment passiert dann noch nichts. Wir haben ja gesehen, dass die Methode leer ist. Später passiert dann da irgendwie so ein generelles Verhalten. Und zusätzlich zu diesem Allgemeinverhalten schauen wir jetzt in dieser speziellen Intro-Scene, ob die Leertaste gedrückt worden ist. Und wenn die Leertaste gedrückt worden ist, dann pausieren wir unsere Szene. Das heißt, wir schauen jetzt an dieser Stelle if-event.get-keycode. Da sind wir wieder auf dem Level, das kennen Sie aus anderen Aufgaben mit der Graphics-App. Wir schauen uns diesen numerischen Wert an, mit dem die Keycodes repräsentiert werden. Also die einzelnen Tasten haben irgendwie einen numerischen Wert, der jede Taste individuell repräsentiert. Das steckt in diesem Event-Objekt drin, kann über die get-key-event, äh, get-keycode-Methode ausgelesen werden und kann verglichen werden. Und dann macht das Ganze wieder sehr viel Sinn. Durch eine ganze Reihe von Konstanten, die auch in dieser Klasse definiert sind und mit der man dann eben herausfinden kann, ohne dass man diese ganzen numerischen Werte auswendig wissen muss, welche Taste gedrückt ist. Und uns interessiert VK Space, Taste 32, das ist die Leertaste. Und wenn das passiert, dann wollen wir, dass diese Szene pausiert wird. Und dieses Pausieren, das kann ich einfach hier hinschreiben, weil das haben wir in der Base-Scene selber schon implementiert. Da haben wir schon die entsprechende Methode. Der Scene-State wird auf Paused gesetzt und wir informieren den angeschlossenen Scene-Listener, dass diese Szene sich jetzt gerade selber in diesen Pause-Modus überführt hat. Das heißt, unsere Indoor-Szene hat jetzt ein Bild, reagiert auf die entsprechenden Events und sorgt dafür, dass bei einem Tastendruck auf die Space-Taste die Szene pausiert wird. Jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen in unsere eigentliche Graphics-App und schauen, ob wir da schon alles vorbereitet haben, damit das funktioniert. Und da fehlt noch was. Da fehlt nämlich die Möglichkeit, oder da fehlt dieser ganze Weg, der überhaupt erst auslöst, dass wir in den Szenen die entsprechenden Events abfangen können. Denn wir geben die Key-Events, die hier im Moment noch gar nicht abgefangen werden, in der Graphics-App nicht weiter an die jeweilige Szene. Und das müssen wir jetzt noch implementieren. Also wir müssen in der Graphics-App erstmal die, also hier in unserer zentralen Anwendung, die entsprechenden Methoden überschreiben, um Key-Events abzufangen und müssen das dann weitergeben an die aktuelle Szene. Die ist ja immer hier gespeichert und wird von der Graphics-App hin und her gewechselt. Und damit lösen wir dann diese Kettenreaktion aus, dass die Szenen selber sich um die Verarbeitung von den Tasten kümmern. Das heißt, wir implementieren vielleicht hier unten, jetzt muss ich mich kurz überlegen, was für mich irgendwie was ist, wo ich es wieder finde. Ja, machen wir es mal an der Stelle. Wir überschreiben die On-Key-Pressed-Methoden und On-Key-Released-Methoden, die in der Graphics-App vorgegeben sind. Also ganz kurz zur Einordnung. Wir bewegen uns jetzt auf dem Level von zwei Methoden, die jede Graphics-App hat. Das hat nichts mit unserem Key-Input-Händler zu tun, den wir geschrieben haben. Die Methoden heißen halt nur zufällig gleich. Das kann ja sein. Also Klassen können gleich benannte Methoden haben. Wenn diese Taste gedrückt wird, dann nehmen wir uns die aktuelle Szene und sagen der, sie soll dieses Event verarbeiten und machen das Gleiche auch für den anderen Event. Wir haben ja extra dieses Interface geschrieben, damit unsere Szenen diese Events abfangen können. Wir machen ein ganz kleines bisschen Fehlerkorrektur, denn es könnte sein, dass während wir noch die Szenen initialisieren, also während vielleicht noch gar keine Szene gespielt wird aktuell und in dieser Variable gespeichert ist, wir schon einen Tastendruck über den Rest der Graphics-App bekommen und hier verarbeiten. Und das sollten wir nicht irgendwie unberührt lassen oder nicht unbeachtet lassen. Und was wir machen können ist, weil wir diesen Supercall eh nicht brauchen, also wir müssen nicht irgendwie diese OnKeyPressed-Methode aus der originalen Variante von der Graphics-App-Basis-Klasse aufrufen, weil da passiert auch nichts, kann ich Ihnen verraten. Können wir das wegschmeißen und wir machen wieder so ein kleines Early Return. Wir schauen uns an, haben wir überhaupt gerade eine aktuelle Szene, der wir irgendwie ein Key-Event weitergeben können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir einfach aus dieser Methode raus. Also dann interessiert uns der Rest nicht und sonst handeln wir das. Jetzt in dem Fall könnte ich mir auch vorstellen, dass man es vielleicht eher so macht. Da müsste man jetzt vielleicht mal ein bisschen drüber überlegen, was irgendwie sinnvoller ist. Ich schreibe mal beide Varianten hin, weil wir brauchen das ja hier eh für die zweite Methode. CurrentScene ist gleich null. Dann hör auf, diese Methode zu verarbeiten. Wenn nicht, handle bitte den Release Event und kümmere dich darum. Schauen Sie sich mal beide Varianten an. Early Return und dann im Fall, dass wir nicht aus der Methode rausgekommen sind, das, was wir immer machen sollen, nämlich den Event weitergeben. oder schauen, ob die CurrentScene aktuell nicht null ist, also ob da was drin steht und dann Weitergabe des Events. Wenn Sie sich das beides anschauen, das hier ist Variante A, das ist Variante B. sagen Sie mir mal, was Sie bevorzugen würden. Also ich glaube jetzt nicht, dass man zu stark irgendwie das in richtig falsch einsortieren kann. Ich glaube, beides kann man durchaus akzeptieren. Aber sagen Sie mir mal, was Sie lieber finden und vielleicht auch tatsächlich, so wie es gerade im Chat schon steht, kurz begründen. Okay, also Sie bevorzugen die Variante A. Für den Laien sicherlich B. Ich bin mir nicht, also ich habe da keine zu starke Meinung. Ich habe das einzige Problem, was ich mit dieser Variante habe, ist, dass ich es komisch finde, wenn in einer Methode nur eine If-Bedingung drin steht. Also wir machen irgendwie was und die ganze Methode besteht aus dieser If-Bedingung. Das ist mein einziger Kritikpunkt irgendwie da dran, dass ich da irgendwie so ein subjektives Gefühl habe, dass ich das für nicht so schön Code halte. Wenn ich eine Methode habe, in der ist die einzige Aktion, die möglicherweise in dieser Methode durchgeführt wird, in irgendwie einer If-Bedingung gepackt. natürlich am Ende kompiliert das zum gleichen Ergebnis, also zumindest funktional, aber ich habe irgendwie, irgendwie finde ich das nicht so schön. Gleichzeitig vielleicht noch ein Hinweis, es ist auch immer komisch, wenn man Dinge vom negativen Fall abhängig macht. was heißt komisch, also es wirkt irgendwie so komisch. Wenn das nicht so ist, dann tu bitte das. Finde ich irgendwie weniger intuitiv, wenn das hier der Fall ist, dann mach das. Aber da müssen wir jetzt nicht irgendwie zu lange drüber uns unterhalten. Sie haben sich, glaube ich, mehrheitlich für Variante A ausgesprochen, dann machen wir das einfach mal. Wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich, nicht und ich glaube, ich habe es auch in der in dem Lösungsvorschlag von mir anders gemacht. Ich würde es wahrscheinlich eher mit diesem Early Return machen. Gerne auch dann vielleicht, wenn man es konsequent macht, bei diesen Early Returns auch mit Einzeilern, also ohne die entsprechenden Klammern, aber das kann man so auch machen, das ist jetzt kein so großes Problem. Okay, das müssen wir noch rauslöschen und dann haben wir die Szenen oder geben das Ganze an die Szenen weiter, wenn wir eine Szene haben und wir haben, wenn Sie sich erinnern an das, was wir am Montag gemacht haben, ja auch schon diese Listener-Methoden in der Graphics-App implementiert, die uns dann als Scene-Listener informieren, wenn sich der Szenen-Status ändert, also wenn die Szene gespielt wird oder wenn sie pausiert wird und was ich jetzt erwarten würde, wenn das alles funktioniert ist, wenn ich die Szene starte und auf die Space-Taste drücke, dass wir dann die Information bekommen und Sie sehen es hier unten klein eingezeichnet, dass die Szene pausiert wird. Das war jetzt ein ganz, ganz langer Weg, um an diese kleine Textausgabe zu kommen, aber wir können das jetzt in Zukunft ausbauen, in die Breite und mit beliebigen Tastatur-Events in unseren Szenen und später auch in den Actors arbeiten. Also ein bisschen Infrastruktur geschaffen, damit diese Events sauber weitergegeben werden und wir die dann benutzen können. Der nächste Schritt ist, dass wir an dieser Stelle, wenn die Intro-Szene pausiert, was Sinnvolles machen, nämlich in unsere Game-Scene wechseln. Und dazu müssen wir natürlich jetzt erstmal die Game-Scene erstellen, also eine zweite Variante von unserer Base-Scene tatsächlich erstellen und implementieren und dann dafür sorgen, dass wir, wenn wir das Intro abgeschlossen haben, also wenn die Spieler oder Spielerinnen starten möchten, dann diesen Szenenwechsel realisieren und in die Game-Scene einsteigen. Das machen wir vielleicht einfach mal. Ich schließe mal ganz kurz hier ein paar Fenster oder alle, dass es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Und vielleicht ganz kurz eine Frage an die Leute, die tatsächlich hier als Studierende von Regensburg zuschauen. Haben Sie um 10 Uhr dann gleich die nächste Veranstaltung, zu der Sie entschwinden müssen? Da können wir auch noch vielleicht noch ein halbes Stündchen oder so machen. Schreiben Sie mir mal kurz in den Chat rein. Ich habe ja eh angekündigt, dass ich dieses Beispiel mit Ihnen, das ziehe ich auf jeden Fall durch. Das heißt, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Machen das dann einfach im Laufe der nächsten Tage und Wochen immer so ein bisschen abends oder so und programmieren da schön weiter. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass Sie irgendwas verpassen. Wir fangen an, unsere Spielszene zu implementieren. Dazu gibt es ein neues Package in unserem Scene-Package. Das nenne ich Game und da kommt unsere neue Szene rein. Die wird GameScene genannt und wird das schon mal so als Hinweis auf die Zukunft die Szene sein, in der das eigentliche Spiel ablaufen wird. Das heißt, da werden die Spielfiguren, die Gegner und so weiter angezeigt, da wird die Spiellogik implementiert oder zumindest wird die Spiellogik da gesteuert. Im Idealfall lagern wir das alles so weit aus, dass wir da so eine gewisse Trennung haben zwischen der Szene und dann dem Interpretieren der Spielregeln, dem Spielablauf, der sich dann auf einer Ebene drunter tatsächlich dann abspielen wird. Aber das wird die zentrale Stelle sein, an der unser eigentliches Spiel im Gegensatz zu der Intro-Szene gesteuert wird. Und das ist auch eine Spielszene oder eine Szene innerhalb unseres Spiels und dementsprechend wird das natürlich eine Unterklasse von der Base-Szene sein. Sagt uns IntelliJ wieder, dass wir eine ganze Menge ergänzen sollen an verschiedenen Konstruktoren, weil die jetzt fehlen. Wir lassen das aber mal weg und schreiben unseren eigenen Konstruktor. Wir schreiben uns einen eigenen Konstruktor für unsere Spielszene Public Game Scene, der wir eigentlich nur einen Scene Listener übergeben müssen. Viel mehr Parameter brauchen wir nicht, um eine neue Game Scene zu erstellen. Wir importieren die entsprechende Klasse, wir rufen den Superkonstruktor auf und zwar mit einem Namen für die Szene Game Scene. Ich schaue mal ganz kurz, wie wir es in der anderen Szene gemacht haben, nicht, dass ich das zu stark verändere. Genau, wir haben da auch den Namen direkt reingeschrieben als Literal könnte man vielleicht in einer Konfigurationsdatei oder so auslagern. Machen wir es jetzt aber mal so. Wir sagen, dass unsere neue Szene vom Typen her eine Spielszene sein soll. Nochmal zur Erinnerung, diesen Enum-Wert benutzen wir nur, um die Szenen ein bisschen leichter später zu identifizieren. Das könnten wir auch über den Klassennamen machen, also InstanceOf oder so. Aber Sie haben sich ja gewünscht, dass wir häufiger Enums verwenden, um das ein bisschen zu trainieren. Deshalb überall Enums, auch für den Szenentyp und wir übergeben zusätzlich noch unseren Listener. Vielmehr überlege ich gerade, würden wir wahrscheinlich da jetzt erstmal nicht implementieren. Da kommt gleich noch ganz viel dazu. Aber ich möchte jetzt erstmal diesen Übergang zwischen Intro-Szene und Game-Szene implementieren. Das heißt, es reicht uns erstmal, dass wir diese Klasse haben, die eine Spielszene später repräsentieren wird. Und wir kümmern uns jetzt darum, dass wir zusätzlich zu der Intro-Szene auch diese Game-Szene in unserer Graphics-App kennen. Und dass wir, wenn die Intro-Szene pausiert wird, zu dieser Spielszene wechseln. Das ist jetzt unser Plan, unser nächster Schritt. Dazu schauen wir wieder in unsere Graphics-App und schauen uns nochmal ganz kurz an, wie wir das am Montag gemacht haben bezüglich der Initialisierung von den Szenen. Wenn Sie sich erinnern, unsere Graphics-App wird initialisiert. Das ist hier dieser Einstiegspunkt, die Methode, die einmal am Anfang ausgeführt wird. Da müssen wir uns nicht darum kümmern. Die überschreiben wir nur und dann ist das, was automatisiert beim Start der Anwendung passiert. Da gibt es so eine InitScene-Methode, da haben wir uns eine Hash-Map angelegt, in der wir alle Szenen speichern, die unter einem bestimmten Namen dann verfügbar sind, einfach um da schneller darauf zugreifen zu können. Haben da unsere Intro-Scene auch schon erstellt. Wir machen das gleiche jetzt für unsere Game-Scene. Game erstellen auf der Basis der Klasse, die wir gerade eben angelegt haben, eine neue Szene. Wenn Sie sich erinnern, der einzige Parameter war ein Scene-Listener und wir implementieren auf dieser Ebene dieses Interface. Das sind diese beiden Methoden, mit der wir die Zustandsänderung der Szene mitgeteilt bekommen und wir sagen, der Game-Scene, die wir hier erstellen, dass diese Graphics-App der Scene-Listener sein soll. Wenn das durchgelaufen ist, dann switchen wir oder wechseln wir beim Start der Anwendung zu der Intro-Szene. Diese Methode schaut nach, ob es eine Szene unter dem Namen in der Hashmap gibt. Wenn nicht, wechseln wir, gehen wir aus der Methode raus. Wenn aktuell eine andere Szene gespielt wird, dann pausieren wir und wir speichern uns dann in dieser Instanzvariable die neue Szene, die wir aus der Hashmap rausgelesen haben und starten die. Und diese Methode können wir jetzt nutzen, um in dem Moment, wo uns das Intro sagt, der Spieler, die Spielerin, hat auf die Space-Taste gedrückt und die Szene pausiert und das kommt ja hier dann rein, in die andere Szene zu wechseln. Das heißt, wenn wir das Signal bekommen, eine Szene wurde pausiert, schauen wir uns an, welche Szene war das und wenn uns die Intro-Szene sagt, dass die pausiert worden ist, dann ist das für uns das Signal, okay, wir können das Intro beenden und können die weitere Spielszene starten. Vielleicht wäre es an der Stelle, fällt mir gerade ein, super sinnvoll gewesen, wenn wir einen dritten State haben, nämlich irgendwie so einen Stop-State und an der Stelle vielleicht nicht beim Pausieren, sondern beim Stoppen der Szene diesen Wechsel machen können. Haben wir jetzt leider nicht gemacht. Es fällt einem immer dann dabei ein, wenn man irgendwie kleine Fehler oder sowas gemacht hat. Ich arbeite jetzt mal mit diesem mentalen Modell weiter, dass wenn die Intro-Szene pausiert wird, die Spielszene starten soll, habe aber im Hinterkopf, dass es eigentlich viel logischer wäre, dass das passiert, wenn die Intro-Szene gestoppt wird und nicht pausiert wird und hoffe mich daran zu erinnern, dass ich dann einen dritten State vielleicht irgendwie für die Szenen einführe, die Interfaces entsprechend anpasse und dann hier das Ganze noch ein bisschen refactore. Aber jetzt machen wir es erstmal mit diesem Pausierungs-State. Ich schaue in die in diese Szene rein, die mir gerade mitgeteilt hat, dass sie pausiert worden ist, schaue mir an, um was für eine Szene es sich handelt und entscheide dann dementsprechend was ich tun möchte und dazu muss ich ganz kurz genau da an der Stelle so eine kleine if-Bedingung einbauen if scene .getType also um was für eine Art von Szene handelt es sich ist gleich sceneType .intro also wenn die intro Szene pausiert worden ist dann switch to scene und ähm zwar zu der Spielszene und die haben wir in der Hashmap wenn sie sich erinnern unter dem Namen Game gespeichert entsprechend muss ich hier auch das hinzuschreiben also wenn die Szene pausiert worden ist dann wechsel zu der Spielszene und nochmal der Hinweis wir haben hier diese enums weil enums ganz toll sind und man die nie zu viel benutzen kann gleichzeitig hätten wir aber hier auch die Möglichkeit das so zu machen ähm if scene instance of ähm intro scene also wenn es sich bei der Szene die hier als Parameter oder im Parameter als base scene übergeben wird um eine spezialisierte Form der base scene handelt und zwar um eine Instanz der Klasse intro scene dann switch to scene Game wäre das gleiche wir benutzen halt nur diesen Typen weil wir den in der Szene abgebildet haben und theoretisch könnte es ja sein dass wir unterschiedliche Varianten von dem intro vielleicht implementieren die haben alle den gleichen Typ aber sind in der speziellen Klasse abgebildet okay ähm schauen wir mal was passiert wenn wir die Anwendung starten und wenn ich auf die Space-Taste drücke dann bekommen wir Fehlermeldung und schauen mal war es da das Problem ist Stack Overflow Error äh äh genau ähm Stelle richtig markiert wie kann ich das Problem lösen also ich finde ich habe einen Fehler gemacht äh macht man ja immer ganz viel das hier finde ich super ähm aber ich würde gerne noch was ergänzen weil äh wie Sie sehen bringt es nicht so viel wenn wir äh eine Szene die schon pausiert ist nochmal pausieren weil wir dadurch dann diesen Stack Overflow Fehler ständig erzeugen ähm äh ich würde hier noch mal was ergänzen äh also wenn wir gerade eine aktuelle Szene haben und diese Szene aktuell gespielt wird dann pausieren wir das Ganze wenn die Szene sich selber schon pausiert hat ähm und oder wir die Szene schon pausiert haben dann machen wir das hier nicht mehr und dadurch äh wird nicht ständig dieser ähm Event Callback äh für das Pausieren aufgerufen und wir erhalten wo ist es denn äh hier nicht diesen äh Stack Overflow Fehler also hier ist Switch to Scene nochmal angepasst äh wenn wir eine aktuelle Szene haben und wenn die gerade gespielt wird dann pausieren wir die sonst müssen wir das nicht machen sonst nehmen wir uns einfach die neue Szene die wir aus der HashMap rausgelesen haben und starten die okay mhm 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 schauen wir mal was passiert okay das schaut schon viel besser aus ähm was heißt es schaut schon viel besser aus aber unsere Game Scene wird offensichtlich äh gestartet ähm und die ist halt jetzt standardmäßig äh schwarz weil das dieser schwarze Hintergrund ist den wir in der Base Scene gesetzt haben äh wir befinden uns gerade in einem Kurs der Universität Regensburg ähm und äh wir implementieren gerade ein kleines äh Computerspiel in Java ähm schauen wir mal kurz rein ähm ähm ich bin mir nicht sicher ähm ähm wir schauen ja nur ob äh die New Scene null ist also wir lesen eine neue Szene aus der Hashmap raus in dieser Hashmap sind die Szenen gespeichert ähm wir schauen ob wir unter dem Namen eine gefunden haben und dieser Vergleich bezieht sich ja nicht auf Current Scene äh und äh sondern ähm auf äh auf die New Scene genau also hier würde ich zur Sicherheit auf jeden Fall nochmal schauen weil wir könnten ja theoretisch diese Methode aufrufen und das machen wir am Anfang ja auch ähm wenn in Current Scene noch nichts gespeichert ist also wenn ich es jetzt nicht irgendwie falsch sehe ist das glaube ich sinnvoll also korrigieren sie mich wenn ich falsch liege ähm aber ist ja gut dass wir alle zusammen programmieren kriegen wir am Ende glaube ich auf jeden Fall das beste Ergebnis raus okay aber ähm Fehler beseitigt ähm Szenenwechsel steht wir können in diese Game Scene einsteigen was jetzt der nächste Schritt wäre und ähm da würde ich vorschlagen dass wir zumindestens die die Grundzüge auch heute noch implementieren ist dass wir ähm diesen Szenen die Möglichkeit geben dass sie ähm Actors beinhalten können also das war ja unsere wir haben jetzt diese Szenenmetapher und auch diese Regiemetapher umgesetzt wir können zwischen den Szenen hin und her wechseln ähm unsere Graphics App fängt das Ganze ab wir können auch ähm Eingabe Events an die Szenen weitergeben ähm die Szenen sind jetzt nur wenn Sie sich das anschauen ähm ähm bisschen simpel wir haben hier irgendwie ähm so eine äh ein Hintergrundbild meinetwegen können wir noch irgendwie Musik oder sowas einfügen ähm und vielleicht irgendwie einen Text ähm und unsere Game Scene schaut noch schlimmer aus die ist nämlich ganz leer und was wir jetzt da drin brauchen sind die Objekte die unser Spiel ausmachen die da irgendwie ruhig rumbewegen die Spielfigur die gesteuert werden kann die Gegner ähm die versuchen einen anzugreifen die Projektile die wir abschießen können und unsere Idee war ähm dass wir jeder Szene eine Liste an Actors geben ähm die von der Szene verwaltet werden und die mit jedem Frame aktualisiert und neu gezeichnet werden und damit das funktioniert ähm brauchen wir jetzt irgendwie so eine Basisklasse ähm in der wir abbilden was einen einzelnen Actor innerhalb der Szene ausmacht dann können wir dafür sorgen dass unsere Base Scene ähm ähm ganz abstrakt verwaltet und wenn wir das haben können wir in der Game Scene dann vielleicht einen konkreten Actor nämlich zum Beispiel die Spielfigur einfügen und äh sichtbar machen äh okay äh also das ist der der Plan jetzt ähm Basisklasse für die Actors erstellen den Szenen die Möglichkeit geben diese Actors zu verwalten und äh dann dafür sorgen dass unsere Game Scene vielleicht einen ersten Actor in Form von so einer Spielfigur hat ähm wo packen wir das am besten hin ähm vielleicht auch wieder in unser Moment äh das wollen wir wollen nichts bewegen wir wollen das schließen ähm ich hoffe ich habe jetzt nicht irgendwie was Blödes gemacht schauen wir mal ganz kurz ob es noch funktioniert genau funktioniert auch ähm in meinem Game Package erstelle ich ein neues Package das nenne ich ähm Actors und da erstelle ich mir als allererstes ähm 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 Basisklasse haben die irgendwie jeden ähm jedes Objekt repräsentiert das machen wir jetzt mal in diesem neuen Package ähm erstelle ich mir neue Klasse wieder ähm die nenne ich Actor und ähm ähm genauso wie wir bei den Szenen dafür gesorgt haben dass eigentlich nur ganz spezifische Szenen tatsächlich irgendwie instanziiert werden können ähm und diese Base Scene wirklich nur als Vorlage für zum Beispiel die Intro Szene oder die Game Szene dient würde ich das jetzt bei den Actors genauso machen also wir sammeln Informationen und Struktur also Strukturinformationen, Verhaltensinformationen die alle diese Actors äh gemeinsam haben in dieser Klasse aber ich möchte eigentlich später nicht einen einen dieser Actors auf diese Art und Weise instanziieren sondern ich möchte dann immer nur eine ganz spezielle Variante davon haben zum Beispiel die Spielfigur oder den Gegner oder dieses Projektil was sich über den äh Bildschirm bewegt ähm wie machen wir das? ähm erinnern Sie sich? wie sorge ich dafür, dass ich eine Klasse definieren kann die bestimmte Vorgaben macht die aber nicht selber als Vorlage für äh eine Instanz dienen kann also wie verhindere ich, dass eine Klasse direkt instanziiert werden kann? genau äh packen wir noch so ein Abstract hin und dann sorgen wir dafür dass ähm das wirklich nur eine Vorlage für die weitere äh Vererbungs-Hierarchie ist ähm was jeder Schauspieler jeder Actor diese Schauspieler-Metapher ist ein bisschen schwierig Sie werden das dann später merken ähm wenn wir diese Projektile abfeuern dann ist es vielleicht nicht mehr so legitim äh zu sagen, dass da irgendwie so ein kleiner Kreis der ähm der sich über den Bildschirm bewegt irgendwie ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist äh Actor ist vielleicht im Englischen ein bisschen ähm ja Akteur vielleicht ähm Object oder sowas wäre noch schöner aber wir bleiben vielleicht einfach mal beim beim englischen Actor äh und ignorieren oder interpretieren das nicht zu stark in diese Szenen-Metapher rein äh was muss jeder Szene äh jeder Actor wissen ähm der muss vielleicht wissen ähm zu welcher Szene er gehört und dementsprechend ähm erstellen wir eine Instanz-Variabel ähm ich lass mal das File ganz kurz weg damit wir gleich sehen, warum wir das machen können ähm vom Typen BaseScene und das ist die HostScene äh Host also quasi die Szene äh zu der dieser Actor gehört ähm in meinem Fall äh so wie wir diese Szene jetzt ähm oder wie wir diese dieses Spiel implementieren werden das vielleicht kurz als als Hinweis ähm ähm wird ein Actor also eins dieser Objekte immer für eine bestimmte Szene erschaffen ähm wir werden ähm nicht implementieren dass ein ein Actor zum Beispiel die Spielfigur von einer Szene in die andere wechseln kann das wäre theoretisch denkbar hm sie könnten sich ja vielleicht vorstellen dass sie ähm unterschiedliche Level oder vielleicht ähm ähm MapScene oder eine eine BossfightScene oder sowas haben und da vielleicht Dinge übernehmen möchten äh das werden wir nicht tun also wir bei uns ist es so ähm wir erstellen eine GameScene da kommen bestimmte Objekte rein in die Intro Szene vielleicht auch noch ähm ähm aber die bleiben in dieser Szene und die sind speziell für eine Szene erschaffen ähm deshalb hat jeder Actor immer äh äh ein so eine HostScene also eine Zuordnung zu einer bestimmten Szene und innerhalb dieser Szene befindet sich ein ähm ähm Actor immer auf einer bestimmten Position und das bilden wir durch eine zweite ähm ähm Variable ab die wir äh vom Typen Point ähm ähm initialisieren oder mit dem äh Datentyp äh Point initialisieren und die nennen wir einfach Position äh äh Point ähm so und ich mach's noch ein bisschen größer dann können Sie mitlesen ähm ups das jetzt hab ich's falsch gemacht äh ich wollte nämlich gerade sagen Point ist ähm so eine ganz einfache Klasse die äh eine Position in Form von XY-Koordinaten in einem zweidimensionalen Koordinatensystem repräsentiert und die gehört zu ähm dieser Graphics-App-Umgebung die wir verwenden ähm ähm dementsprechend importieren wir dann auch die richtige Klasse nicht die äh die sich vielleicht in Java irgendwo anders findet und äh damit bilden wir ähm den Ort ab wo sich dieser dieser Actor gerade befindet ähm 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 erstellen wir einen Konstruktor für das Erstellen von so einem ähm Objekt ähm wir übergeben eine initiale Position ähm äh äh es wird gerade im Chat vorgeschlagen ähm dass wir da äh die Actors irgendwie eindeutig identifizieren ähm können je nachdem was sie so vorhaben für ihr Computerspiel ähm kann das durchaus sinnvoll sein also ich kann mir auch Dinge vorstellen wo wo wir das brauchen könnten ähm in der Variante die ich implementiere äh jetzt gerade brauchen wir es nicht also da werden die einfach durch die entsprechenden ähm Objekte selber in dann entsprechenden Datenstrukturen identifiziert ähm aber natürlich kann das sinnvoll sein ähm ich würde nur das wäre jetzt mein irgendwie mein Ansatz beim Programmieren äh sowas dann immer erst ergänzen wenn ich es wirklich brauche also sonst wird es gerade beim Demonstrieren von Code irgendwie super übersicht sehr unübersichtlich wenn ich zu viele Dinge ergänze die vielleicht erst später äh benötigt werden ähm aber ähm das was da im Chat steht mit irgendwie so einer eindeutigen ID ist bestimmt nicht verkehrt ähm und wenn sie das Spiel vielleicht selber ausbauen und das dann brauchen wäre das was was man da ergänzen kann ähm grundsätzlich vielleicht ähm ähm versuchen ähm so Klassenstrukturen oder allgemein Komponenten beim Programmieren immer so zu bauen dass man die möglichst gut dann später um solche Sachen ergänzen kann aber ich würde es jetzt erstmal weglassen ähm nicht weil es falsch ist sondern ähm weil wir es einfach in dem Moment nicht brauchen ähm genau ähm wir übergeben auf jeden Fall sowas wie in initiale äh Position und die könnten wir jetzt als ähm Point-Objekt übergeben wir können sie auch als Koordinaten übergeben ähm wie sie das wollen machen wir es mal so weil ich glaube so ist es in der im Lösungsvorschlag drin und wir sagen immer gleich äh zu welcher Szene der Actor gehören soll also das ist einfach so ein eine Vorgabe die ich jetzt äh für meine Anwendung im Kopf habe ein Actor wird immer für eine bestimmte Szene erstellt das werden wir dann später auch so realisieren dass eine Szene die entsprechenden Actors erstellt und spätestens da verabschieden wir uns dann irgendwie von dieser Theatermetapher ähm aus der realen Welt und sind da vielleicht eher ähm bei was fiktiven virtuellen ähm wir speichern ganz einfach die Host-Scene ähm in einer entsprechenden Instanzvariable und ähm in der Position speichern wir ein neues eine neue Instanz von der Klasse und übergeben da diese initiale Position von unserem Actor ähm jetzt können wir vielleicht ein paar ähm Getter und Setter Methoden ergänzen die wir brauchen werden ähm ich bin mir gerade nicht sicher ob wir später außerhalb des Actors wissen müssen zu welcher Szene der gehört äh ich glaube schon ähm deshalb ergänzen wir da mal einen äh entsprechenden äh Getter für äh die Akte für die Szene zu der der Schauspieler gehört der Actor gehört ähm Get Host und da geben wir das zurück ähm wir ähm wollen auf jeden Fall dafür sorgen dass ähm die Position dieser Figur in der Szene verändert werden kann und dazu implementieren wir gleich zwei Methoden ähm nämlich einmal eine Möglichkeit mit der wir die Position absolut angeben ähm das machen wir mit so einer Set Position Methode und x und y und dem Zugriff auf unser Positionsobjekt und das sind jetzt also für die Leute die jetzt vielleicht nicht ähm den ganzen Kurs mitgemacht haben ähm das sind einfach API Methoden die äh diese Graphics App Umgebung die wir im Kurs einsetzen uns ähm ermöglichen oder die da zur Verfügung gestellt werden und diese Point Klasse hat eine Methode die heißt Set Location da können wir ähm die x und die y Koordinaten setzen ähm in so einem Spiel ähm ist es ganz häufig der Fall dass man irgendwie ein Objekt nicht nur absolut positionieren möchte sondern auch relativ bewegen möchte und deshalb ergänzen wir auch noch eine Move Methode die bekommt auch ähm zwei ähm zwei Werte übergeben äh int x oder float x vielleicht in dem Fall sogar äh wenn man äh so Subpixel oder sowas einsetzen möchte äh und das sind die ähm ähm relativen Veränderungen der Position der Spielfigur auf der x und der y Achse und auch dazu gibt es in unserer Point Klasse eine äh Methode die heißt Move und ähm da werden diese beiden Werte übergeben wir können vielleicht das ganze d x und d y nennen wenn sie wollen das steht dann für Delta also für diesen Unterschied ähm zwischen ähm der aktuellen Position und der gewünschten neuen Position das kann man dann vielleicht ein bisschen schöner lesen äh wenn man das unterscheidet von diesen absoluten Werten äh x und y wenn wir die ganz konkrete Position auf dem äh Bildschirm setzen möchten dann brauchen wir vielleicht noch äh eine Möglichkeit die Position auch auszulesen äh get position ähm jetzt können sie zwei Sachen machen ähm sie könnten sowas machen return ähm position ähm dann würden sie das Positionsobjekt äh selber zurückgeben also wir fragen dann später ähm bei Instanzen dieser Actor-Klasse oder bei den entsprechenden Subklassen an äh wie ist deine Position und wir kriegen dieses den Inhalt von dieser privaten Variabel übergeben ähm oder zurückgegeben ähm können sie sich vorstellen dass das vielleicht irgendwie äh ein Problem sein könnte oder gibt es irgendwie Gründe warum wir das nicht machen sollten also warum wir dieses Positionsobjekt jetzt nicht als Objekt nach außen geben sollten ist jetzt nicht so wirklich dramatisch in unserem Fall ähm aber man kann darüber nachdenken genau ähm ähm wenn man es ganz ganz äh hart äh sagen möchte oder ganz penibel ist dann würde ich sagen äh das was jetzt gerade im Chat geschrieben wird ist nur zu 99% sicher ähm denn in Java gibt es ja keine Referenzen das sind ja alles Werte ähm wird dann die Adresse als Wert übergeben aber das ist irgendwie nur mein Steckenpferd äh dass ich immer drauf rumreite äh Java ist immer Pass by Value weil ein Referenzwert übergeben wird äh und kein wirklicher Zeiger ist aber völlig egal das macht in der Praxis keinen Unterschied ähm und äh wir würden eben einen eine Möglichkeit geben auf dieses Objekt zuzugreifen und vielleicht wollen wir das nicht also vielleicht wollen wir dass nur über diese Set Position oder die Move Methode äh die Position verändert werden kann äh und wir nicht dieses Point Objekt direkt ähm verändern können also vielleicht wollen wir ja irgendwie hier so eine ähm Fehlerkorrektur machen äh keine Ahnung wir schauen nach ist die neue Position überhaupt valide innerhalb der Szene und wir wollen selber dafür verantwortlich sein und was wir stattdessen machen könnten ist wir könnten sowas machen wir geben ein neues Point Objekt zurück und äh initialisieren das mit den Werten die in dem alten Objekt drin steht äh drin steht ähm gespeichert sind also das sind ja primitive Datentypen die wir da auslesen das heißt hier wird tatsächlich ein Wert kopiert als Parameter an den Konstruktor wir erzeugen ein neues Objekt in dem wird für die einen für die Verwendung von außerhalb die aktuelle Position gespeichert und wir geben das Ganze zurück also es wäre jetzt eine in dem Fall sehr einfache Möglichkeit wie sie trotzdem diese beiden Informationen in einer Instanz nach außen geben können aber ähm den direkten Zugriff da drauf schützen ob das wirklich so notwendig ist äh jetzt in diesem Fall sei dahingestellt es schadet aber auf jeden Fall nicht wirklich ähm was brauchen wir noch ähm wir wollen ja später dass diese Szenen nach diesem Prinzip arbeiten ich habe eine Liste von Actors ähm die sollen alle aktualisiert und gezeichnet werden es ist dieser klassische Game Loop ähm den wir oder Draw Loop haben wir es immer genannt äh in der Graphics App der sich dann bis zu dem letzten Element durchzieht ähm also diese zentrale Anwendung hat so eine Draw Methode ähm die wird in einem regelmäßigen Abstand aufgerufen in dieser Draw Methode rufen wir die Render Methode von der aktuellen Szene auf die aktuelle Szene ähm würde äh in dieser Render Methode zuerst alle ähm Actors aktualisieren ähm ähm es ist ein ein heerer Wunsch äh dass man irgendwie zwei Sachen zurückgeben kann aber ähm das ist glaube ich syntaktisch nicht so leicht umzusetzen und was schön wäre äh was es in anderen Programmiersprachen gibt und ähm ich muss zugeben dass ich äh gar nicht weiß ob das nicht mittlerweile in Java auch auf eine ein oder andere Art und Weise möglich ist dass man so Ad-Hoc-Objekte äh erstellen kann also wenn sie zum Beispiel in in JavaScript arbeiten oder in anderen Sprachen wo es so Objektliterale gibt da kann man immer so schön äh solche kleinen Sachen so realisieren geht halt in Java nicht ähm ich bin mir gerade gar nicht sicher das muss ich auf jeden Fall nochmal nachschauen ähm ob es nicht in Java mittlerweile auch so eine Möglichkeit gibt so Ad-Hoc-Objekte anzulegen mit Arrays oder sowas würde ich nicht arbeiten ähm das sind ja keine Arrays was wir ja da zurückgeben wollen ist irgendwie ein Objekt was zwei Informationseinheiten bündelt und natürlich kann man das mit einem Array ausdrücken aber da muss man es interpretieren da müssen sie irgendwie als derjenige der die Methode aufruft äh wissen okay ich kriege ein Array übergeben in dem ersten ähm an der ersten Stelle steht die x-Koordinate an der zweiten Stelle ähm steht die äh y-Koordinate ähm wir wissen vielleicht nicht unbedingt was dann da für ein Array äh was für Werte drinstehen also würde ich tatsächlich nur dann machen wenn man wirklich in diesem Bereich der Anwendung ist den man 100% selber implementiert ähm und einen ganz guten Grund hat mit solchen Sachen zu arbeiten also es kann vielleicht ja sein dass das irgendwie super performant ist wenn man wirklich selber eine Game Engine schreibt weiß nicht ob man das dann in Java macht ähm und es einen guten Grund gibt gerade mit so primitiven Arrays oder sowas dann zu arbeiten ähm ich würde aber jetzt auf diesem Level dann auch eher Objekte äh bevorzugen und ich hätte gerne auch irgendwie so eine Möglichkeit so Ad-Hoc-Objekte zu erstellen aber das ist ja auch super äh so schon also irgendwie eine kleine Klasse zu erstellen ähm die x- und y-Koordinaten beinhaltet in der Regel haben sie sowas auch schon in Java drin ähm also solche Points oder Vektoren oder sowas ähm sind äh sind ja eigentlich in jeder Sprachbibliothek oder Klassenbibliothek von der Programmiersprache vorhanden und äh können dann auch ohne dass man selber eine Klasse erstellen muss ganz leicht genutzt werden aber ja äh manchmal wünscht man sich dass das mal zwei Sachen irgendwie zurückgeben kann oder zumindest ein bisschen flexibler arbeiten kann äh hat aber auch alles Vorteile äh dass in Programmiersprachen wie Java oder so gewisse Dinge einfach ein bisschen strukturierter und typisierter sind als das vielleicht woanders der Fall ist ähm wir geben die Position zurück äh genau und ähm wir wollen noch diesen Draw und Update ähm Mechanismus auch bis auf die Actors runterbringen und deshalb schreibe ich jetzt mal schnell ähm eine ähm Methode Update und eine Methode Draw und das sind dann die beiden ähm Stellen die ganz am Ende ähm in diesem Draw Loop also in diesem großen äh in diesem ähm in diesem ähm in diesem äh großen Draw Ablauf der ganzen Methode der ganzen Anwendung dann später auf diesem Level der Actors äh aufgerufen werden ok ähm gehen wir mal in die Szene in die Base Scene zurück und sorgen wir dafür dass dann unsere Szenen äh tatsächlich auch ähm mit diesen Actor Klassen die wir jetzt geschrieben haben oder dann den spezialisierten äh Varianten die wir davon äh implementieren werden ähm auch umgehen können ähm jetzt kurz hier nochmal auf meine Uhr schauen ok ein bisschen Zeit haben wir noch ähm und was wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch machen können ist äh die Szene soweit vorbereiten ähm dass wir da im im nächsten Schritt tatsächlich auch eine Spielfigur ergänzen können und äh dazu muss die wissen welche Schauspieler welche Akteure ähm tatsächlich zu ähm dieser Szene gehören und ähm das können wir uns am besten speichern indem wir äh einfach eine Liste von ähm von von Akteuren äh in dieser in dieser Klasse äh verwalten und im Idealfall oder was ist im Idealfall äh im einfachsten Fall machen wir das einfach über eine entsprechende Arraylist ähm die wir in der wir Actor Objekte speichern und der wir irgendwie einen interessanten Namen geben müssen wir das Ganze noch importieren und dann haben wir da den Ort äh an dem unsere ähm Akteure an dem unsere Actors für diese Szene denken sie dran wir sind jetzt in der Base Scene ähm oh Entschuldigung völliger Quatsch ähm spulen wir zwei Minuten zurück äh ich war in der falschen Klasse äh also diese Liste der Schauspieler oder Akteure die pflegen wir natürlich nicht in unserer Actor Klasse sondern in unserer Base Scene da gehören die hier hin da ähm ähm ergänzen wir äh diese Instanzvariable Actors äh mit der Liste unserer Akteure und ähm in unserem Hauptkonstruktor ähm ähm sorgen wir dafür dass in dieser Variable eine neue ArrayList gespeichert wird in der wir dann zukünftig Actors abspeichern können ähm wie kommen Actors in ähm eine Szene rein ähm vielleicht indem wir eine entsprechende Methode anbieten vielleicht so eine Add Actor Methode ähm an einer beliebigen Stelle vielleicht schauen wir mal ganz kurz dass wir das hier genau nach diesen Gettern und Settern machen ähm public void Add Actor übergeben den Parameter ähm wir kriegen schon einen Schauspieler einen Akteur übergeben der für diese Szene angelegt worden ist und wir speichern uns den in ähm der vorbereiteten ähm ArrayList rein ähm ähm wenn wir dann diese Liste haben an möglichen ähm Akteuren können wir unsere Update und Draw Methode jetzt endlich vervollständigen da haben wir uns ja beim letzten Mal diesen Kommentar vermerkt ähm da wollen wir ähm entsprechend ähm die einzelnen ähm Objekte die wir in dieser Liste halten aktualisieren und dann später zeichnen und das können wir jetzt an der Stelle einfach machen mit ähm so einer klassischen ForEach Methode für alle Akteure die äh in dieser Liste drin sind ähm rufen wir die Update Methode auf und ähm bei der Draw Methode machen wir das gleiche für alle Actors rufen wir die Draw Methode auf auch hier wieder ähm je nachdem ähm wie sie so ein Spiel gestalten ähm kann es da Alternativen geben wie man diesen Draw Loop ähm implementiert es ist häufig so dass man erstmal alle Objekte aktualisiert und dann diesen neuen State zeichnet weil sich durch das Aktualisieren von den Objekten ja auch so Wechselbeziehungen ergeben können also wenn sie zum Beispiel alle Spielfiguren alle Gegner durchgehen ähm und alle Projektile die gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind durchgehen und sich dadurch dann zum Beispiel ergibt dass ein Projektil eine Spielfigur trifft ein Gegner trifft und der dadurch dann verschwindet ähm dann müssen sie diese Spielfigur in diesem Frame ja unter Umständen nicht mehr einzeichnen also was wir jetzt hier machen ist so eine ganz harte Aufteilung zuerst wird alles aktualisiert dann wird alles gezeichnet und gibt es tausend Varianten wie man das dann irgendwie ähm besser auf einen speziellen Use Case vielleicht ähm zuschneiden und optimieren kann aber das ist bei uns jetzt erstmal nicht der Fall wir aktualisieren alles und wir zeichnen alles ähm ich würde gerne eine Sache noch noch vorbereiten und zwar muss ich ganz gut schauen ähm ich würde gerne dafür sorgen dass ich weiß wenn ein Schauspieler ein Actor hinzugefügt wird dass der sich unter Umständen für ähm solche Input Events wie Keyboard oder Maus Events interessiert weil ich später wenn die Anwendung läuft nicht ähm alle Keyboard Events und alle Maus Events ähm testweise an alle Actors übergeben möchte ähm wenn die gar nichts damit anfangen können also ich möchte dass die Actors irgendwie signalisieren dass ähm ähm sie an sowas wie ähm keine Ahnung ähm Keyboard Events interessiert sind genau also wir werden gleich die Interfaces benutzen ich will nur ganz kurz sagen ähm warum wir das machen und ähm ich möchte dann die Sachen die hier in dieser Base Scene eingehen oder in der jeweiligen Szene eingehen ans Events ähm nur an die speziellen Actors weitergegeben werden die sich dafür interessieren und dazu ähm lege ich mir eine zweite Arraylist an und sie werden gleich am Endergebnis sehen gerade wenn sie sich schon ein bisschen auskennen das könnte man auch schöner machen aber ich trenne das jetzt ganz sauber ich erstelle eine zweite Arraylist ähm und da speichere ich mir Objekte rein die diesen Keyboard Input Händler implementieren haben wir hier auch implementiert das ist dieses Interface ähm was wir auf unserer in unserer Anwendung auf allen Ebenen verwenden um Keyboard Events ähm weiterzugeben für die Leute die später zugestoßen sind ich zeige Ihnen das ganz kurz es schaut so aus es sind einfach zwei Methoden die ähm die in diesem Interface vorgegeben sind keypressed und keyreleased sind die beiden Ereignisse bei einem Tastendruck die Taste wird runtergedrückt wird losgelöst und ähm in diesem Parameterobjekt befinden sich immer irgendwelche ja zugehörigen Informationen Zeitpunkt welche Taste gedrückt worden ist äh die wir dann über den Parameter abgreifen können die Base Scene implementiert das schon und die kriegt diese Informationen auch schon weiter äh schon übergeben äh vom Rest unserer Anwendung äh und äh auf der Ebene von dieser Base Scene ähm erstellen wir uns eine weitere Arraylist Keyboard Input Handlers können wir die nennen ähm die initialisieren wir auch in unserem Konstruktor das werden Sie sehen Sie langsam das wird alles umfangreicher und umfangreicher je mehr wir implementieren und wenn wir dann so einen neuen ähm Actor übergeben bekommen in unserer Ad-Methode fügen wir den erstmal in der Arraylist rein äh hinzu in der die Schauspieler gehalten werden oder verwaltet werden ähm ähm und wir prüfen ob es sich bei dem konkreten Objekt was übergeben wird um ein Objekt äh ja ähm also ich implementiere mal ganz kurz äh zum Ende noch das was was ich mir vorgestellt habe ähm dann sehen Sie dass das was Sie geschrieben haben auch funktionieren würde ähm nur ähm möchte ich das an zwei unterschiedlichen Stellen machen und deshalb ähm implementiere ich zwei Listen weil so eine Liste die kostet nichts da steht ja nur irgendwie die Adresse drin äh wo das Objekt im Speicher gehalten wird das heißt da sind ja nicht zwei Objekte drin und ich kann dann an einer anderen Stelle speziell über diese Liste die ich hier pflege ätherieren ähm nämlich an der Stelle wo die Events eingehen weil das passiert nämlich bei uns ähm nicht im ähm nicht innerhalb dieses Draw Loops das ist vielleicht noch eine Information äh diese diese Events ähm diese Tasten Events die werden parallel zu dem Draw Loop weitergegeben es liegt einfach an der entsprechenden Library aber das was da gerade geschrieben wird im Chat äh ist auf jeden Fall nicht falsch also es gibt auch hier wieder unterschiedliche Möglichkeiten und das was ich jetzt mache ist nicht unbedingt allgemein die die bessere ich schaue mir an ob der Schauspieler der Actor der hinzugefügt werden soll ähm dieses Interface implementiert und wenn eine Klasse ein Interface implementiert sind die Objekte die von dieser Klasse instanziiert werden ja auch Instanzen äh des Interfaces das ist ja Polymorphismus den wir äh in Java kennengelernt haben und wenn das der Fall ist dann nehme ich mir meine äh Arraylist und speichere da zusätzlich dann noch den Actor rein ähm und natürlich muss ich den dann ähm casten damit das funktioniert hopps dann Moment jetzt aber Keyboard Input Händler so muss das auch schauen wo habe ich da habe ich noch einen kleinen Fehler drin äh genau also wenn wir ein Actor übergeben bekommen der auch ein Keyboard Input Händler ist dann merken wir uns den hier und das machen wir deshalb weil wir ähm jetzt in der eh schon existierenden Methode ähm die wir haben um in dieser Base Scene diese Key Events abzufangen nochmal die passieren parallel zum Game Loop ähm es ist gar kein richtiger Game Loop wenn man es hundertprozentig genau interpretiert können wir jetzt einfach ähm alle Keyboard Input Händler ähm anschauen die wir in dieser Arraylist gespeichert haben und für die Actors die sich auch tatsächlich für diese Events interessieren äh geben wir den Event weiter und das gleiche machen wir Copy and Paste für den zweiten für den Released Event und ändern da nur die entsprechende Interface Methode die wir aufrufen ähm was man natürlich auch machen könnte ist ähm man könnte hier ähm ähm über alle Actors drüber äterieren ähm for actor actor in actors schön zu sagen vielleicht nicht super zu lesen if actor instance of ähm Keyboard Input Handler Keyboard Input Handler actor also diesen Cast durchführen Handler Key Pressed Event und hätte dann am Ende das gleiche Ergebnis Unterschied wäre nur ähm hier müssen wir halt über alle ähm Actors drüber äterieren und äh hier äterieren wir nur über diese kleine Menge die wir in der zweiten Arraylist gespeichert haben wieder kommt drauf an was sie irgendwie vorhaben ich ich habe ja in diesem in diesem Design was ich hier versuche zu implementieren äh das so einfach gehalten dass wirklich alles was in dem Spiel passiert und sichtbar ist am Ende so ein Actor ist und das heißt es gibt eine ganz ganz kleine Anzahl an Actors die sich äh tatsächlich für diese Events interessieren äh das wird eigentlich nur die Spielfigur sein die gesteuert werden soll alle anderen Actors sind nicht beeinflusst durch irgendwie Tastatur oder Maus Events und deshalb wäre das jetzt irgendwie so ein Missverhältnis aus ähm Objekten die in dieser großen Liste gespeichert sind und die sich für diese Events interessieren ähm und über die ich dann immer drüber iterieren müsste und ähm dann feststellen müsste ob ich äh denen dieses Event weitergeben muss aber wie gesagt ähm wenn sie irgendwie was anderes im Kopf haben wenn sie dieses Actor-Prinzip irgendwie anders umsetzen oder implementieren kann das durchaus auch sein dass so wie es jetzt gerade im Chat beschrieben ist dass über eine Liste ähm dann äh tatsächlich irgendwie besser wäre ähm ja und wir können auch andere Datenstrukturen und sowas verwenden wir verwenden jetzt einfach das was wir im Kurs bis jetzt kennengelernt haben ähm da vielleicht das ist dann ja vielleicht ein schönes Schlusswort ähm dann hören wir für heute damit auf ähm ähm von diesen Datenstrukturen die wir so im Kurs kennengelernt haben gerade Listen und auch Maps äh gibt es in Java noch ein paar mehr Varianten als wir ähm kennengelernt haben ähm also zum Beispiel sowas wie Linklist oder in der Hashmap-Variante dann sowas wie eine Weakmap ähm ähm die sich unterschiedlich oder die sich anders verhalten als die Datenstrukturen die wir kennengelernt haben und die für spezielle Anwendungsfälle äh möglicherweise besser geeignet sind äh also das vielleicht noch so als allgemeiner Hinweis ähm sie haben jetzt hier in dem Kurs das ist ja quasi Programmieren 101 äh nicht alle Datenstrukturen kennengelernt die äh es so gibt und auch nicht die die es in Java gibt und äh es kann sein und es ist sehr wahrscheinlich dass es für bestimmte Anwendungsfälle bessere Alternativen gibt als die die wir hier verwenden ähm kleiner Ausblick den haben wir am Montag auch schon gemacht es gibt ja im nächsten Semester diesen Kurs Algorithmen und Datenstrukturen wo sie sich dann genauer ähm auch mit diesen Unterschieden in der Implementierung und in der Verwendung von von entsprechenden Listen oder Maps oder Arrays äh auseinandersetzen werden äh äh ähm dann ähm schauen wir vielleicht noch einmal ob das Ganze noch startet das ist ja immer ein ganz guter Hinweis es wird kein Fehler geschmissen ähm und wir hören jetzt erstmal für heute auf ähm ich bedanke mich fürs Zuhören Zuschauen und vor allem für die rege Beteiligung äh ist immer gut wenn man Input bekommt und man auch ein bisschen diskutieren kann ähm wie versprochen werde ich dieses Spiel äh bis zum Ende des Semesters bis zum Ende März mit Ihnen irgendwie programmieren äh da kommen wir bestimmt am Ende hin ähm wir ähm setzen das wahrscheinlich jetzt irgendwie so ein bisschen sporadischer fort ähm können wir uns ja auch im Discord nochmal unterhalten wann irgendwie so ein guter Termin wäre und ich werde alle Sachen die ich dann äh streame natürlich auch wie immer äh auf YouTube veröffentlichen das heißt Sie können sich wenn Sie irgendwie einen Teil verpassen äh das Ganze auch nochmal äh im Anschluss anschauen als Video das war's jetzt aber erstmal ähm ähm für heute ähm ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende das jetzt dann gleich startet viel Erfolg bei der Vorbereitung auf die Klausur die wir äh nächsten Donnerstag schreiben und ähm da dann vielleicht auch nochmal ganz kurz der Hinweis probieren Sie die äh Testklausur durch äh aus damit Sie wissen wie dieses E-Prüfungssystem ähm tatsächlich funktioniert ähm 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 wie ähm die Klausur an sich abläuft haben Sie im im Discord schon gesehen und ähm ähm ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen bereiten Sie sich gut vor am Donnerstag eine halbe Stunde bevor die Klausur online gestellt wird ist ja eine E-Prüfung äh da besprechen wir dann alles Weitere ähm äh also wäre super wenn wir irgendwie auch externe Leute auf den Discord holen können äh wir können uns das gerne auch mal fürs nächste Semester irgendwie vornehmen im Moment ist es so dass wir auf diesem Discord auch äh Dinge einfach stehen haben die vielleicht nicht die Öffentlichkeit angehen also das habe ich einfach nicht so hundertprozentig vom Anfang an geplant dass da auch viele andere Leute sich vielleicht interessieren und helfen würden ähm ähm und da stehen einfach Dinge die sehr kursintern sind ähm muss man sich vielleicht überlegen ob man da vielleicht nochmal mit Rollen oder so arbeitet genau ähm nur haben wir das im Moment halt anders angelegt also seien Sie mir nicht böse ähm fände ich super ähm wir ich kann Ihnen ja schon mal sagen wir haben im Sommer nochmal einen anderen Kurs da geht es dann um Anwendungsentwicklung mit Android ähm und da haben wir auch einen Discord Channel der offener ist ähm ähm weil der Kurs an sich äh als über die VAB in Bayern organisiert wird und da sind natürlich externe Leute immer gerne gesehen ähm haben wir jetzt nur dieses Semester einfach unsere Discord Struktur anders gewählt ähm genau aber wenn Sie beim nächsten Stream wieder dabei sind dann gibt es bestimmt auch währenddessen ganz viele kluge Sachen ähm die Sie beisteuern können genau und die LED Matrix ähm oh Gott ich vergesse schon wieder ähm Pivo LED Matrix irgendwie so ähm ähm warten Sie kurz die VOOM heißt das und ich habe immer noch keinen Affiliate Link aber wenn Sie danach suchen finden Sie äh dieses Ding was Ihnen so gefallen hat und äh können sich das dann auch für zu Hause besorgen ok ähm das war's aber ähm wenn es jetzt noch irgendwie ähm relevante organisatorische Fragen oder so gibt äh zur Klausur gerne einfach in den Discord äh schreiben ähm dann beantworten wir die ganzen Sachen ähm ansonsten habe ich glaube ich alles Wichtige gesagt äh Aufzeichnung von dieser Sitzung gibt es dann später auf YouTube und ähm ähm wir sehen uns alle oder wir sehen uns äh in dem Sinne alle wieder dass wir die Klausur dann äh am Donnerstag gemeinsam schreiben und wie gesagt gerne wenn Sie wollen auch in der Vorlesungsfreien Zeit hier im auf Twitch äh wenn wir weiter an dem Beispiel arbeiten und wir hatten ja auch gesagt dass wir uns dann vielleicht noch mal so ein paar komplexere Themen anschauen die jetzt im Kurs keine so groß große Rolle gespielt haben als Übergang zu den Veranstaltungen die Sie im Sommersemester dann besuchen werden bis dahin haben Sie eine schöne Zeit und ähm bis nächste Woche Ciao bisavaş bis juveniles bis crafted bis roup ursprung bis 먹 impairment